Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Siehst du den Typ da vorne? Pass auf, du spielst dir den Betrunkenen und ich zock ihm sein Handy ab. Entschuldigung, darf ich einmal ganz kurz mit deinem Handy telefonieren? Mein Freund dort drüben muss abgeholt werden. Ja, aber mach's kurz. Cool, danke. Hey, was soll das? Der hat mein Handy geklaut, hey! Du machst es den Tätern einfacher, wenn du ihnen nicht nur dein Handy gibst, sondern auch gleich deinen Geldbeutel. Nun aber Spaß beiseite und hier die richtigen Präventionstipps. Lass dich nicht von fremden Menschen antanzen und pass auf, wer dir zu nahe kommt. Trage dein Handy nicht sichtbar in der Hosentasche. Versuche nie, dir dein Handy zurückzuholen, da die Täter dann häufig Gewalt anwenden. Zeige fremden Menschen nicht dein Handy und gebe es nie in fremde Hände weiter.